um ich glaube wir haben bald alle Mäuse Erntebohmung? Äh Ah Ex-Menschwänzebohmung, okay Wollen wir auch noch abgeben? Okay, okay, okay Oder Was? Wir brauchen zwar gerade keine mehr, boah Wurscht Jetzt müssen wir die Sachen abgeben Und dann dauert es glaube ich jeden Moment, bis die offen fertig sind Ich bin nicht geträgt Die Teillegierung von euch Ach, drei Scheiße Warum habe ich zwei in Erinnerung gehabt? Habe ich irgendeinen Raum vergessen? Übersehen Aber mit Glück sind jetzt die Räume eigentlich jetzt wieder befüllt alle Rein theoretisch muss ich dann jetzt wieder welche bekommen Hoffe ich Ich wollte nämlich jetzt nicht noch stundenlang hier rum Geist doch nicht Geist doch nicht Wolle ich so sagen Go near, go near, go near, go near, go near, go near Puh, das war knapp Puh, das war knapp Puh, das war knapp Woh! So Zuzu, 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 zuzu Fuck. 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 Beziehungsweise alles. Hier kommt. Hier kommt er. Es kommt schon. Ich brauche doch nur noch eine Titanenlegührung. Nur noch eine. Bitte? Die Verlagen ja doch nicht so viel, oder? Nur eine. Dabei wollte ich das eigentlich in eine Folge reinstecken. Jetzt habe ich aber jetzt schon die Zeit übersprungen. Äh, übersprungen, ne? Überschritten. Bin jetzt schon bei knapp 19 Minuten. Rein theoretisch hätte ich das schaffen können. 15 Minuten. Aber nee, ich habe eine Legion irgendwie übersehen. Wo auch immer. Was ist das? Ernsthaft? Kacke. 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 Wenn ja jetzt wohl es noch so ein bisschen Ligüren finden. Ja, wie ist denn eigentlich? Was ist denn? Wie ist denn? Kacke. Ja. Und dann. Und dann. Jetzt kommt schon. Oh, da war noch einer. Das war mein Handy. Drecks Handy. Das hat niemand gehört. Ja, ja, ja. Jetzt kriegen wir aber hier drüben bitte einer. Bitte. Bitte, 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 bitte. Verlangen doch nicht zu viel. Ich will nur eine Regierung haben. Nein, nicht nur eine Regierung. Komm schon. Was gibt's doch nicht. Ligiro, wo bist du? Bitte tauch auf. Ja, klar. Oh, vielleicht zwei von denen. Mal sagen. Das freut mich. Komm schon. Jetzt hab ich vier Stücke. Es geht mir aber auch in den anderen rum, ganz ehrlich. Müsst eigentlich noch eine kriegen können. Ja. Ich will doch gar nicht. Genau. Geht weg. So. Jetzt sterb. Meine Güte. Hab ich jetzt nur ein Stück? Äh. Erzähl's mir. Ich weiß, wie viel haben wir? Wie viel, wie viel? Hallo? Das ist unfair. Der Rote da hat mir gar keine Legion mehr gegeben. Mäh. Das bin ich beleidigt. Oh. Ich schlafe schon wieder falsch. Hm. Jetzt sind wir gleich draußen. Immerhin. Ich muss jetzt auch dann... Nach dem hier leider schon wieder aufhören. Ich werde aber auf jeden Fall dann später... Ah, wahrscheinlich eher morgen weiter spielen. Weil... Ich Grandia dann noch aufnehmen muss. Mein Grandia-Spielstand, den ich gestern gemacht hatte. Ja. Der hat sich gestern einfach mitten im Spiel aufgehängt. Ja. Und... Damit ist dann ja auch die Aufnahme am Arsch gegangen. Weil die halt sich auch aufgehängt hat. Sondern die ganze Aufnahme hat sich aufgehängt, um genau zu sein. Und ja. Damit war's dann gegessen. Ich bin einsam. Ich bin meine Mama. Ich bin einsam. Ich bin meine Mama. Hallo. Wir haben deine Materialien. Ah. Vielen herzlichen Dank. Ich werde eure Waffe sofort aufrüsten. Normalerweise müsst ihr die dafür bezahlen. Aber diesmal ist es umsonst. Bitteschön. Und danke nochmal. Damit sollten wir den Laden eine Weile weiter betreiben können. Mama! Neee! Was stimmt jetzt nicht? Es tut mir leid. Er ist einfach nur ungeduldig und denkt, wir sollten nach Mama suchen. Wir müssen einfach nur warten, okay? Sie wird bald zurück sein. Mama! Neee! Weiß. Ja, ja. Ich weiß. Wir ziehen los, um die verlorende Mutter zu retten. Nicht wahr? Bitte nein! Ich hole euch bereits mehr, als ich jemals begleichen kann. Spare es dir. Das kümmert mich nicht. Ihr versteht nicht. Unsere Mutter ist... Ja. Schon gut. Mama hat sich für gewöhnlich ziemlich tief wie einen Berg vorgebracht. Ich denke, sie hat häufig den Aufzug benutzt. Daher gebe ich euch wieder den Aktivierungscode. Jo. Dann wissen wir auch schon, was wir dann in der nächsten Folge zu tun haben. Und dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Nier. Also, bis dann. Tschaui! Tschaui!